Wir fahren sowieso weg. Und jetzt geht's los. Wir fahren mit Pennyboard, Slime und 1, 2, 3, go! Und das war der ganze Slalom Parcours. Das hat ziemlich Spaß gemacht und ich hab gedacht, das ist noch viel länger. So, jetzt sind wir gefahren. Ihr werdet gleich die Strecke sehen. Da ein Stock. Dort ein Stock. Hier ein paar Stöcke. Das Pennyboard. Noch ein Stock. Noch einer. Hier. Hier. Da. Da. Und hier da große Fotzen. Mein Bruder hat einen Umfer gebaut. Und hier ist noch ein Stock. Und hier. Das ist das Pennyboard von meinem Bruder. Das ist meins. Und das sind seine Beine. Und hier ist das Penny. Und hier ist das Penny.